Hallo Ralf, hallo Carsten, schön, dass ihr hier seid. Hallo Caro, hallo Carsten. Ralf, erzähl doch mal zwei Worte über dich. Wer bist du und was machst du? Wir betreiben den Online-Shop bergetools.com und da verkaufen wir von uns getestetes und für gut befundenes Bergezubehör rund um 4x4 Offroad. Alles, was dazu gehört. Jetzt bist du ja ein eingefleischter Jeep-Fahrer. Wie kam es dazu, dass du dich für Jeep entschieden hast? Das ist eigentlich aus der Jugend. Ich habe mich einfach als Kind schon in den Anblick eines CJ-Jeeps verliebt und es war klar, irgendwann mal werde ich mir einen kaufen. Und sag mal, du hast ja jetzt einen neuen Jeep. Ja, das ist gut. Wie ist denn der Unterschied zwischen deinem alten und deinem neuen? Ja, es gibt immer noch, sagen wir mal so, es gibt ein lachendes und ein weinendes Auge. Also die Trauer ist noch nicht ganz weg, weil der alte, also unser JKU, war zuletzt dann wirklich so optimal, wie wir ihn haben wollten und wie wir ihn uns mühsam und langsam aufgebaut haben. Deswegen schon traurig, dass er weg ist. Aber auf der anderen Seite, der neue ist natürlich auch klasse. Da hat Jeep nochmal einen großen Sprung gemacht vom JK zum JL. Viel Schnickschnack, was man jetzt off-road nicht unbedingt braucht, aber es ist schon sehr angenehm. Und von der Motorisierung, ich war ja zuerst nicht wirklich angetan davon, dass ich mir einen 2-Liter-Benziner nehmen muss, weil es zu dem Zeitpunkt auch nichts anderes gab. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der macht sich gut. Also mal schauen, wie lange hält der kleine Motor, aber ich finde ihn klasse. Also bis jetzt so vom Fahrverhalten super und auch im Gelände 1A. Jetzt muss man ja sagen, der alte Jeep ist leider bei einem Unfall ums Leben gekommen. Es ist keinem was passiert, was ja auch schön ist, aber das Auto war leider nur noch Schrott. Die nächste Frage wäre dann, Diesel oder Benzin, wenn du auswählen könntest? Sehr gut, für mich kam immer nur Benziner in Frage. Alter oder Automatik? Es ist ein Automatik. Findest du auch gut, so fürs Gelände und so? Wenn man entspannt fahren möchte, ist die Automatik schöner. Aber wir haben ja noch den kleinen TJ, das ist ein Schalter. Wenn man richtig arbeiten möchte und im Gelände Spaß haben möchte, also wirklich eine Herausforderung, dann ist der Schalter besser. AT-Reifen oder MT-Reifen? Sowohl als auch. Je nachdem, wo es hingeht. Also im Normalfall, wenn auch lange Straßenstrecken dabei sind, haben wir AT-Reifen drauf. Und ansonsten, je nachdem, welche Tour ansteht, dann auch eben MT's. Zurzeit sind die AT's drauf. Werden Winden überbewertet? Das für eine Frage. Das kommt drauf an, was man vorhat mit seinem Fahrzeug. Wenn man nur ein Show-Objekt haben möchte, dann mit Sicherheit, aber je nachdem, wo es jetzt, auf welche Tour es geht, welches Zielgebiet man hat, möchte ich oftmals auf eine Winde nicht verzichten. Wenn man schon eine Winde dran hat, Kunststoffseil oder Stahlseil, was empfiehlst du da und wenn ja und warum? Also ich würde aus mehreren Gründen immer das Kunststoffseil bevorzugen. Es haben Kunststoffseil, also fangen wir mal andersrum an. Es ist egal, bei welcher Ausrüstung, es gibt immer Vor- und Nachteile. Und für mich überwiegen beim Kunststoffseil eigentlich die Vorteile. Es ist deutlich weniger Gewicht auf der Vorderachse. Und vor allem, wenn man eben die Winde dauerhaft verbaut hat, weniger Verschleiß. Dann ein großer Punkt ist der Sicherheitsaspekt. Sollte mal ein Windenseil reißen, hat man beim Stahlseil den Peitscheneffekt. Und wenn man da eben nicht entsprechende Vorsorge trifft durch Umwickeln mit Gurt oder Seildämpfern, dann ist das wirklich eine sehr, sehr große Gefahr. Wohingegen, wenn ein Kunststoffseil reißt, dann besteht da kaum eine Gefahr einer Verletzung. Vorteil ist natürlich auch das Handling im Gelände. Es ist ja deutlich leichter mit einem Kunststoffseil, wenn man dann auch schon Baumgurt, Umlenkrolle, Schäkel und so weiter dabei hat. Und dann noch das Stahlseil hinter sich herziehen muss, je nachdem, welche Landschaft man vor sich hat. Und dann noch irgendwie in den Hügel raufklettern, ist das mit dem Stahlseil nicht immer so lustig. Das ist mit dem Kunststoffseil doch deutlich leichter. Nachteile gibt es leider auch. Das ist, das Kunststoffseil wirkt an der Winde mehr oder weniger wie ein Schal. Auf der Windentrommel, ein Stahlseil leitet die Wärme, die entsteht an der Winde gut ab. Wohingegen ein Kunststoffseil die Wärme an der Trommel hält. Auch ein weiterer Nachteil vom Kunststoffseil ist der höhere Verschleiß. Das Kunststoffwindenseil geht auch deutlich schneller kaputt. Allerdings für mich überwiegt einfach der Sicherheitsaspekt. Deswegen, ich nehme auf jeden Fall Kunststoffseil. Nachteil noch vom Stahlseil ist, dass es relativ schnell auch irgendwelche Drahtflöhe geben kann. Und wenn man da nicht aufpasst, gibt das böse Verletzungen in der Hand. Und wie ist das beim Schäkel? Kunststoff oder Stahl? Kommt auf den Einsatz drauf an. Also bei einem kinetischen Seil würde ich immer einen Softschäkel nehmen. Und ansonsten, also wenn man jetzt einen Baumgurt, eine Umlenkrolle anschlägt, ein Stahlschäkel ist auf jeden Fall sicher und fest, wenn er ausreichend dimensioniert ist. Aber genauso auch ein Softschäkel. Das ist dann auch so ein bisschen Einstellungssache dazu. Bei einem kinetischen Seil eben auf jeden Fall ein Softschäkel. Hintergrund ist, sollte eine Bergeöse abreißen oder brechen, dann hätte man im Fall, wenn man einen Stahlschäkel nimmt, das Gewicht des Schäkels an dem kinetischen Seil mit 30 Prozent Dehnung. Und das ist dann wie ein Geschoss unterwegs. Selbst ein Softschäkel mit wenigen hundert Gramm kann da noch böse Beschädigungen oder Verletzungen verursachen. Mit einem Stahlschäkel möchte ich mir das gar nicht vorstellen, was da passieren kann. Ist denn beim Bergezubehör zurzeit noch Innovationssprünge? Also so wie damals von Stahl auf Kunststoffseil. Gibt es da neue Materialien, die jetzt zum Einsatz kommen? So richtige Sprünge nicht, aber doch so ein paar Weiterentwicklungen. Wir haben zum einen die herkömmliche Stahlumlenkrolle. Stahlumlenkrollen wird jetzt vor allem, wenn man eben Kunststoffseile im Einsatz hat, immer mehr durch Pullis ersetzt. Zum einen, weil Stahlumlenkrollen je nach Bauart nicht so unbedingt geeignet sind für Kunststoffseile. Das hatten wir jetzt erst neulich bei einem Training, dass mehrere Kunststoffwindenseile sich in der Stahlumlenkrolle zwischen der Seitenwange und der eigentlichen Rolle festgeklemmt haben. Und da sind dann die sogenannten Pullis für Kunststoffseile deutlich besser geeignet. Da kann das nicht passieren. Da haben wir hier zum Beispiel ein von TITEC, ein NMP-Rolle, auch hochfestes Aluminium, wiegt 65 Gramm, 12 Tonnen Arbeitslast, für Seile bis 10, 11 Millimeter geeignet. Oder ich hätte jetzt hier auch noch da ein etwas größeres Modell von Nakatanenga. Das wiegt dann allerdings 1,6, 1,7 Kilo in etwa. Und hier mein absoluter Liebling. Das ist jetzt eine sogenannte Neu- oder eine der Neuentwicklungen der Pullis. Das ist von Faktor 55 mit einem Rope Retention System. Hier haben wir diese kleinen Gumminoppen, weil das Problem bei diesen offenen Umlenkrollen ist, wenn mal kurzfristig das Windenseil keinen Zug hat, kann das Windenseil von der Rolle springen und dann wincht man sich über den Softschäkel. Hierbei wird das eben verhindert. Wir hatten die jetzt auch schon mehrfach im Einsatz und auf Herz und Nieren geprüft. Und diese kleinen Gumminoppen, die hier dazwischen sind, die halten tatsächlich das Seil an der Rolle, sodass dieses Problem eben aus ist jetzt mein bisheriges Lieblingsteil, durch die hier ersetzt worden. Und die ist relativ neu, also bei uns jetzt seit zwei, drei Monaten im Shop. Und ja, ich finde die klasse. Gibt es denn außerdem noch irgendwelche Neuigkeiten im Berge-Zubehör-Land? Ja, ich habe jetzt gefunden bei Burkhardt von der Pistenkuh ein Reifen-Reparaturset für Expeditionsmobile, LKW, aber auch eben für Oberländer, womit es nun auch endlich, der hat sich da richtig viel Mühe gegeben und das schön zusammengestellt, sodass wir auch die Möglichkeit haben, einen Reifen nicht nur in der Lauffläche, wie über die üblichen Reifen-Reparatursets, sondern eben auch die Flanke reparieren zu können, weil da entsprechende Aramidpflaster dabei sind und auch das Vulkanisiermittel. Also eine richtig schöne Box mit allem drum und dran, was man braucht, wenn man einen massiven Reifenschaden hat. Was wäre denn deine Empfehlung für eine Berge-Grundausrüstung? Was sollte man auf jeden Fall an Bord haben? Berge-Grundausrüstung, da würde ich jetzt mal sogar weggehen vom Bergen, sondern erst mal sagen, einen Reifen-Reparaturset und einen Kompressor, weil das, was unterwegs am häufigsten passiert, das sind Reifenschäden. Und erst in zweiter Linie kommen dann die Bergesituationen dazu. Da die meisten auch wirklich potenten Offroad-Fahrzeuge oftmals keine vernünftigen Bergeösen haben, würde ich den Laien von kinetischen Seilen abraten, nur wenn man damit geübt ist und wenn die entsprechenden Voraussetzungen im Fahrzeug passen. Deswegen würde ich als Grundausrüstung immer ein starres Seil mitnehmen. Und zwar, das ist bei mir wieder aus Gewichtsgründen einfach, da wir ja nicht so viel Zuladung haben, bin ich so begeistert von den Dyneema-Seilen. Also dasselbe Material, was auch auf den Winden drauf ist. Das gibt es eben auch als Berge-Seile mit unterschiedlichen Bruchlasten. Und das ist halt wichtig, deswegen kann man da auch keine pauschale Antwort geben. Je nach Fahrzeuggewicht braucht man da natürlich auch unterschiedliche Ausrüstung. Also ich würde auf jeden Fall immer ein starres Seil oder einen starren Gurt mitnehmen. Gurte der Nachteil halt, dass sie eben deutlich schwerer sind und mehr Platz brauchen. Und dazu, je nachdem, was ansonsten am Fahrzeug für Ausrüstung dran ist, entweder Stahlschägel mit passender Dimension oder Softschägel, die zum Fahrzeug passen. Ansonsten, wenn man alleine unterwegs ist, was man ja eigentlich nicht sollte, dann ist für mich die Grundvoraussetzung oder die Grundausstattung eigentlich immer Sandbretter. Ohne Sandbrett würde ich als Einzelfahrzeug nicht unterwegs sein. Weil selbst wenn man eine Winde drauf hat, man kann doch in Situationen kommen, lange Schlammpassagen ohne irgendwelche Ankerpunkte in der Nähe oder am Strand oder in der Wüste, wenn man sich irgendwo um Sand eingebuddelt hat, dann sind Sandbretter doch die schnellste und einfachste Möglichkeit, das Fahrzeug wieder flott zu kriegen. Da haben wir ja noch ein Video offen. Genau, da fehlt noch was. Nach dem Sommer. So, macht jetzt keinen Spaß. Obwohl jetzt guter Schlangenbeer, aber nee. Sag mal, anderes Thema. Du hast ja eine große Affinität zu Korsika. Woher kommt die Liebe zu dem Land, zu der Insel? Ja, einfach mal vor vielen, vielen Jahren, also weit über 20 Jahren, das erste Mal nur so zum Spaß irgendwie mit dem Flieger hin, mit kleinem Kind. Und ja, ist uns nichts anderes eingefallen. Und ja, vom ersten Moment an auf der Insel, in die Insel verliebt. Und seitdem eigentlich immer, wenn es geht, ab nach Korsika. Einfach die Kombination Korsika von Mittelmeer, aber auch auf der anderen Seite die hohen Berge. Also bis 2700 Meter hoch. Und die unterschiedlichen Landschaften, wenn man über Korsika fährt, man kommt wirklich um eine Kurve und hat wieder komplett neue Eindrücke, andere Eindrücke. Stallküsten, Sandstrände, die unterschiedlichen Felsformationen. Also ich bin immer noch hin und weg. Auch nach vielen Jahren noch. Und dieses Erlebnis wollte er jetzt mit anderen teilen. Er bietet jetzt über Redrock eine Korsika-Tour an. Was ist das Besondere? Kannst du nochmal ein bisschen nochmal was darüber erzählen, was man da erleben wird in den 10 Tagen, 14 Tagen? Ja, es ist also eine 10-Tages-Tour, weil wir bislang eben festgestellt haben, mit fünf Tagen kann man sich vielleicht ein paar Highlights rauspicken, aber damit wird man der Insel bei Weitem nicht getestet. Es gibt so viele schöne Ecken und auch herausfordernde Offroad-Pisten, sodass uns fünf, sechs, sieben Tage einfach zu wenig sind. Deswegen haben wir da mit unserem korsischen Scout Albar zusammen eine schöne 10-Tages-Tour zusammengestellt, bei der man eben wirklich auch alle schönen Punkte und alle schönen Strecken auf Korsika abfährt. Und selbst das würde noch nicht ausreichen. Wir könnten da auch locker eine 2- oder 3-Wochen-Tour draus machen. Ja, was muss man mitbringen? Welche Voraussetzungen muss das Fahrzeug erfüllen? Die Voraussetzungen für die Korsika-Tour sind eben mindestens AT-Bereifung, ein bisschen Aufruf, also wenn man mal ein Training mitgemacht hat bei uns oder so, reicht vollkommen aus für Korsika. Man darf keine Angst vor Kratzern haben oder sollte das Auto vorher folieren oder mit Magnetplatten schützen, weil so ein paar können auf jeden Fall passieren. Und was wichtig ist am Fahrzeug, Wind ist kein... Es ist eher staubig als schlammig oder felsig. Winde braucht man nicht unbedingt. Dafür aber auf jeden Fall geeignete Ankerpunkte am Fahrzeug und etwas Bodenfreiheit oder entsprechenden Unterfahrschutz. Abgesehen von Korsika, was hättest du noch für ein Traum-Offroad-Reiseziel? Wo ich immer noch hin und her gerissen bin, ist Nordgriechenland und Korsika. Also Nordgriechenland kommt schon sehr knapp an Korsika dran. Da kommen wir jetzt leider nicht mehr so oft hin, wie wir das gerne würden durch die Korsika-Touren. Aber Nordgriechenland ist, was mich da auf jeden Fall zieht, das ist auch eine fantastische Landschaft. Und da kommt dann noch dazu, dass das Essen auch noch einen Ticken besser ist als auf Korsika. Da kann man allein von wegen dem Essen hinten fahren. Ralf, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie sähe dann dein Geländefahrzeug aus, dein Traumwagen? Dann würde ich mir meinen Traumwagen wieder aufkaufen und reparieren lassen. Egal, wie viel Geld da wäre. Ich würde mir meinen Schrotthaufen kaufen, zurückkaufen. Also du bist dann... Weil mit dem war ich absolut happy. Ich brauche nicht mehr. Ich bin absolut mit dem JKU glücklich gewesen und würde mir den tatsächlich wiederholen. Oder einen gleichen ähnlich aufbauen. Aber es wäre auf jeden Fall wieder ein Jeep. Auf jeden Fall. Nicht irgendwie... Kein Expeditionsmobil. Nein, kein Expeditionsmobil. Nein, auch kein New Defender. Nein, ich bleibe bei Jeep auf jeden Fall. Was ich noch nicht schlende, aber der ist dann ja dem, wie man ihn aufbaut. Der Gladiator gefällt mir schon auch sehr gut. Das ist der neue Pickup von Jeep. Aber der käme erst an zweiter Stelle. Okay. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir kurz vor Heilig Art noch die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und deiner Familie schöne Feiertage, guten Rutsch. Bleibt gesund. Vielen Dank. Euch auch. Jawohl. Ihr auch. Und wir sehen uns im neuen Jahr. Auf jeden Fall. Unbedingt. Tschö. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017